Hallo ihr Lieben, in diesem Video wollte ich euch gerne etwas darüber erzählen, warum ich die OP überhaupt gemacht habe und wie ich auf die Idee gekommen bin, die OP durchzuführen. Ich war früher recht sportlich, ich habe jede freie Sekunde auf dem Fußballplatz verbracht und Fußball war mein Leben. Ich muss aber auch sagen, auch damals war ich schon korpulent, nicht unbedingt dick, aber auch nicht der dünnste. So richtig fing damals meine Zunahme an mit ungefähr 16, 17. Damals habe ich mir den Fuß gebrochen und ich durfte 6 Monate keinen Sport machen. In den 6 Monaten habe ich das Zocken und das Essen für mich entdeckt. Die erste Beziehung kam dann auch noch dazu. Ich muss sagen, die 6 Monate vergingen wirklich recht schnell. Ich hatte keine Schmerzen mehr und konnte eigentlich wieder loslegen. Aber der PC hat mich nicht mehr wirklich losgelassen. Ich habe jede freie Sekunde damit verbracht, online zu sein, zu spielen und das alles unter der Woche. Und am Wochenende, da habe ich Zeit mit meiner Freundin verbracht. Mein Gewicht stieg natürlich von Monat zu Monat. Natürlich fiel es auf und es gab auch viele böse Sprüche in der Schule damals. Die sorgten dazu, dass ich mich noch mehr zurückgezogen habe und mich noch weniger draußen gezeigt habe. Ich habe mich in der Online-Welt versteckt, wo es wirklich völlig egal ist, wie du aussiehst oder wer du bist. Teilweise ging es dann auch so weit, dass meine eigenen Freunde mich beleidigt hatten als Dickerchen oder Fettsack. Sie haben sich natürlich lustig darüber gemacht. Ob sie das wirklich so gemeint haben, weiß ich nicht. Aber wer hat es auf jeden Fall getan? Aber das Schlimmste für mich war, dass mein eigener Vater sich lustig darüber gemacht hat und seine Sprüche abgezogen hat damals. Vielleicht hat er auch das nicht so gemeint. Aber vom eigenen Vater sowas zu hören, tat schon richtig weh. Oft weinte ich im Bett und habe mich da versteckt. Vor ein paar Jahren war man auch der beste Freund des Vaters, mit dem er gerne Basketball gespielt hat. Mit dem er wahnsinnig gerne Zeit verbracht hat. Und auf den er so unglaublich stolz war. Und heute? Heute schämt man sich eher für seinen Sohn. Ich will nicht sagen, dass er ein schlechter Vater war. Ganz im Gegenteil. Er war mein bester Freund und hat mir auch sehr, sehr viel ermöglicht. Und ich hatte auch viel Unterstützung aus der Familie heraus. Meine Mutter, meine Schwestern und meine Brüder standen immer hinter mir und haben mich bei allem unterstützt. Mit 20 wog ich ungefähr 140 Kilo. Und das wurde natürlich immer mehr. Ja, und beim Zeitpunkt der OP wog ich 165 Kilogramm auf eine Größe von 1,93 Meter. Viele sagten mir, man sähe mir mein Gewicht nicht wirklich an. Aber mein Rücken, meine Knie und meine Gelenke haben geschmerzt. Aber wie kam ich jetzt wirklich auf die OP? Mein großer Bruder hat vor zwei Jahren sich der Magen verkleinern lassen. Ich sah seine Veränderung und war einfach positiv überrascht. Und als er damals zu mir gesagt hat, ich führe endlich ein Leben, mein Leben ist wieder lebenswert, war ich geflasht und mega beeindruckt. Ich glaube, ich muss euch nicht erzählen, wie das Leben ist als stark übergewichtiger. Man fühlt sich natürlich nicht wohl. Man zieht Blicke auf sich. Und das letzte Mal schwimmen war ich, glaube ich, mit 16, weil ich mich einfach zu krass für mich geschämt habe. Ich verpasste schon viel in meinem Leben. Die ersten Urlaube mit meinen Freunden. Den Führerschein, weil ich mich einfach so mega krass geschämt habe, da ich so unglaublich viel Platz brauchte am Auto. Und meinen Sport, den ich über alles geliebt habe, konnte ich natürlich auch nicht mehr nachgehen, da mir einfach alles weht hat. Auch bei 30 Grad habe ich mich damals im Sommer hinter langen und weiten Pullis versteckt, da ich mich einfach schämte. Ich wollte mich verstecken. Immer und überall. Ich würde auch sagen, dass ich depressiv geworden bin. Ich sah mein Leben einfach als verschwendete Zeit an. Und ich habe auch nicht wirklich mehr am Leben teilgenommen. Und natürlich hat man immer wieder böse Sprüche geerntet. Wie nehmen doch Erdorf, Herr Zeug. Was ist daran so schwer, nicht zu essen? Und so weiter. Das sorgte dafür, dass man in ein immer tieferes Loch fällt. Aber mein Bruder, der hat mir so richtig daraus geholfen. Der hat mir die Option gezeigt von der OP. Und ihm verdanke ich das alles, dass ich jetzt schon wirklich unglaublich tolle Fortschritte gemacht habe. Und dass ich immer mehr Freude am Leben finde. Und ja, das war der Grund, warum ich die OP gemacht habe. Und auch jetzt erhalte ich natürlich sehr viel Zuspruch und sehr viel Unterstützung von meiner Familie. Aber am meisten bedanke ich mich wirklich bei meinem Bruder, der mir einfach gezeigt hat, dass es so geht. Ja, und das ist, wie gesagt, der Grund, warum ich die OP gemacht habe. Und ja, wie ich darauf gekommen bin, wisst ihr jetzt auch. Deshalb, egal was es ist, schämt euch nicht. Traut euch den Weg zu gehen, egal was alle anderen sagen. Schämt euch nicht dafür. Die OP ist eine gute Option für uns. Denn ich glaube, wir wissen am besten, wie schwer es ist abzunehmen. Merkt euch auf jeden Fall eins. Es ist egal, was andere zu euch sagen. Steht auf jeden Fall zu euch. Steht zu eurem Körper. Egal, wie dick ihr seid. Ihr könnt daran in der Sekunde nichts ändern. Aber ihr könnt sowas für die Zukunft tun. Und aus dem Grund kann ich es jedem empfehlen. Falls ihr mal Fragen habt oder euch nicht sicher seid, dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne bei mir melden. Ich werde natürlich jedem antworten und werde euch dabei unterstützen, so gut wie es geht. Ich hoffe, ihr könnt jetzt ein wenig verstehen, warum manche Menschen das machen. Für die, die es bisher nicht verstanden haben. Und für die, die es vorhaben, hoffe ich, dass ich sie damit stärken kann. Oder denen ich einen Zuspruch geben kann, dass sie es wirklich machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr denen wieder einen Darm hochgebt. Und eventuell das Video teilt für die Leute, die sich bisher nicht getraut haben. Und die vielleicht einfach mal einen kleinen Anstub so brauchen. Unterstützt alle eure Freunde dabei. Und hört auf mit gemeinen Sprüchen, auch wenn sie witzig gemeint sind. Denn diese Sprüche, egal wie wir lachen, die tun innerlich wirklich weh. Und wir brauchen keine Sprüche, die uns runterdrücken, sondern wirklich Hände, die einem hochziehen. Und deswegen seid Hände, die einem hochziehen. Gebt uns Kraft und drückt uns nicht weiter runter mit irgendwelchen bösen Sprüchen. Denn, ja, auch wir haben Gefühle. Und das vergessen natürlich sehr viele. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video dabei seid. Im nächsten Video werde ich euch erzählen, wie der Weg war bis zur OP. Welche Ärzte ich abklappern musste. Und ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch dort dabei seid. Wenn ihr irgendwelche Tipps oder Ratschläge habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bin für alles offen und bin auch sehr dankbar. Auch ich brauche noch ein bisschen Unterstützung, vor allem bei Videos. Und ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Und macht's gut. Ciao. Und ja, ich würde mich über・・ Words can't describe how I feel about you. I just know when you're gone I can't breathe without you. Before we ever met, I would dream about you. I don't even know who I would be without you. Angels do come down to earth. I'm in your heel while I'm sure I didn't say it first. If I gave you my heart, it would never hurt. That's why I keep you in my mind, each in every verse. I can see the world deep in your eyes Time slows down with every smile I'm sure they spell fate with you and I If love kept me alive, I would never die You the perfect one in my book